Oh, es geht noch weiter, oder was? Ah gut, jetzt kommt der ganze Kampf gegen Blackbeard. Ace Wille, eine Gabe an die neue Welt. Ich kämpfe lieber mit Crocodile. Oh, es geht noch weiter. Oh, es geht noch weiter, oder? Der Friege ist jetzt auf der Runde. Sie haben auch eine glättere Leisel, aber die Management ist doch nicht möglich. Man kann hier ein bisschen leben. Zwei praktische Kaufer kommt von ihm von dem Schlügel nicht raus. Das ist schon der erste Mal. Lass lass den Rufy machen, oder? Die睨st aus den Jacken. Da ist er. Das ist alles, was man das für dich. So, pumpen wir ein bisschen was in die Angriffskraft rein. Ein bisschen was in die Leben. Und noch mehr in die Leben. Und noch mehr in die Angriffskraft. Und dann nehmen wir noch das hier mit. Und los geht's. 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 So, der fliegt da. Das sieht schon lustig aus. Komm schon, hau ab. Wir müssen hier durch. Wow, das war jetzt nicht nett. Ach, nö. Ach, vielleicht hilft uns die Wagenkopf danach beim Kampf. Das lohnt sich immer. Oh, ja. Leck mich doch am Arsch. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Leben. Toll. Das ist kein Leben. Das ist jetzt natürlich super. Ja man. Glück gehabt. Wow. Man. Hmm. Das dürfte auch nochmal Leben sein. Das sammeln wir aber auch erst später ein. Dreh deine Pioretten, Ivankov. So, in diesem Dreieck ist es auch nochmal Leben. Und so ein bisschen weit unten noch. Ne, gleich nehmen. Und da ist auch nochmal eine Truhe. Okay. Okay. Diesen Bereich hier rechts. Da unten ist auch nochmal eine Truhe. Och nö. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, come on! 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 Es ist lustig, wie es bei dem Spiel die ganzen Einschusslöcher nicht gemacht haben und auch dass ein halbes Gesicht fehlt und so. Wenn du diesen Schmacken findestellst, dann wird die Welt zurückkehren. Werden Sie, werdet ihr sehen? Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Das war's für mich, meine弟... Ich werde nicht mehr sterben. Ich werde nicht mehr sterben. Na, ich werde es beginnen! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Am wenigsten ist es Chimbeder. Und tschüss. Alter, jetzt bin ich fast schon tot. Machina des Gämmels. Alla wir wahrscheinlich noch etwas tun. Achina des Gämmels. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ach nee Wo ist denn der? Ja, Chimbee, gibst du mir richtig! Ja, ich will, wenn die Schatzkiste jetzt gleich weg ist, dann gehst du auf den Sack. Das Glück ist der jetzt mal nicht so schwer. Oh! 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 Das war's für mich. Ich weiß nicht, was ich nicht sagen! Dün Dün Dün! Das war's für heute. Das war's für mich. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Oh, wie auch immer wir jetzt Nietzsche freigeschalten haben. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay Eintritt in die neue Welt Arc Bist das dann Fischmenscheninsel oder? Hm, naja gut Auf jeden Fall für heute beenden wir jetzt erstmal diesen Stream Ähm Ich werde jetzt glaube ich noch ein Video aufnehmen oder zwei, mal schauen Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen Wenn ja, lasst wie immer ein kleines Follow da Schaut doch gerne auf meinem YouTube Kanal vorbei Bis zum nächsten Mal Viel Spaß und haut rein Ciao